Du hast eine neue Nachricht auf YouTube? Was ist mit dem E36 Compact Projekt geworden? Wird das so wie die anderen Projekte? Wird das so wie die anderen Projekte? Was machst du da, Alter? Ich bin gleich fertig, Alter. Was machst du denn da? Ich bin gleich fertig. Komm jetzt da raus. Ja, okay, warte. Bro, was geht hier ab? Die Leute warten seit anderthalb Jahren drauf, dass das Ding hier fertig wird. Was machst du denn überhaupt? Bro, ich bin am Zocken. Was zockst du denn die ganze Zeit? Bro, ich zock Rage Shadow Legends. Schau doch mal. Jeder hat von Rage Shadow Legends gehört. Wusstest du aber, dass wir gerade den zweiten Jahrestag feiern? Zweiter Jahrestag? Richtig gehört. Es ist nun zwei Jahre her, dass Raid das Mobile Gaming übernommen hat. Seitdem ist Raid größer und besser geworden. Das Geniale daran ist, dass immer wieder geile Ereignisse stattfinden. Genau wie jetzt zum Beispiel. Zum zweiten Jahrestag finden zahlreiche Schlachten in der PvP Arena statt. Du kannst dich Kopf an Kopf mit anderen Spielern messen, um besondere Ausrüstung freizuschalten und die Rankings in intensiven Arenaschlachten zu erklimmen. Okay, okay, ich verstehe schon. Aber wo spielst du das Spiel am liebsten? Na wie jeder. In meiner Pause, in meiner Freizeit. Genau das Richtige für Leute, die komplexes taktisches Gameplay on the go lieben. Aber wer ist das? Wer? Das ist einer von über hunderten Champions aus über 13 Fraktionen. Da gibt es mega viele von. Magier, Elfen, Untote, Skinwalker und noch viele weitere. Wie gerade erwähnt, wird Raid in diesem Monat bereits zwei Jahre alt. Und im Zeitraum bis Mitte April gibt es zahlreiche erstaunliche Ereignisse. Es finden sechs aufeinanderfolgende Veranstaltungen und Turniere bis dahin statt. Und jede davon mit verrückten Preisen für die Gewinner. Du kannst deinen Clan gegen einen anderen antreten lassen und Helden der neuen Shadowkin-Fraktion in den Einsatz schicken. Gerade jetzt ist die beste Zeit damit anzufangen, Bro. Wenn du und ihr jetzt einen Vorteil haben wollt, dann geht jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Als neuer Spieler erhältst du den Stämpchen Jotun kostenlos auf unseren Nacken und nochmal obendrauf 100.000 Silber, 50 Diamanten und drei antike Splitter. Sobald du dich neu angemeldet hast, kannst du deine Belohnung innerhalb von 30 Tagen in der Inbox abholen. Du findest mich unter dem Namen Migo92. Und wenn du schnell genug bist, kannst du noch meinem Clan beitreten. Klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im Spiel. Hört sich gut an. Ich zocke, du schraubst. Von wegen schrauben, ich gehe jetzt fahren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video, Freunde. Die erste Folge Super Tourismo ist jetzt am Start und wir haben in der ersten Folge den Fiat Tipo Sport. Und was der alles so kann aus der Sicht von BMW, Enthusiasten, Fahrern und eingefleischten Oldtimer-Fans, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. Der Fiat Tipo Sport. Der erste seiner Art und auf den ersten Blick sehr gelungen. Fiat stellte uns diesen Tipo Sport für 14 Tage zum Test zur Verfügung. Wir wollten herausfinden, ob das Fahrzeug als Daily-Alternative für einen BMW 1er dienen kann. Doch bevor wir zum Drive-In-Talk übergehen, sind hier noch einmal die Daten zu unserem Testfahrzeug. Unser Tipo Sport hat einen 1,6 Liter Vierzylinder Turbodiesel unter der Haube, der 120 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment leistet. Fiat hat während unseres Tests nachgelegt und dem Diesel noch einmal 10 PS mehr spendiert. Die aktuellen Tipo Sport 1,6 Multi-Jet-Modelle haben also nun 130 PS. Unser Fahrzeug kam zudem mit dem DDCT, Fiat Chryslers eigenem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Serienmäßig bekommt man das Fahrzeug aber auch mit einem 6-Gang-Handschalter. Für die Benzinerinteressierten unter euch gibt es einen 1.4 Liter T-Jet-Turbo-Benziner mit 120 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment. Diese beiden Motorisierungen stellen beim Tipo allgemein die Top-Motorisierung dar. Wie der Tipo Sport sich schlagen konnte, erfahrt ihr jetzt in unserem Super-Tourismo-Drive&Talk. Legen wir los! So Freunde, jetzt sind wir im Auto und fahren mal das gute Stück ein bisschen. Man muss sagen, die Anmutung und die Haptik vom Fahrzeug ist phänomenal gut, finde ich. Also man hat hier wirklich alles, was wie nach Leder aussieht, ist Leder. Man hat Leder an den Türtafeln vorne und hinten sogar. Das finde ich super geil. Das ist in der Preisklasse eigentlich gar nicht so üblich. Nicht mal in der Preisklasse höher ist das üblich. Auch das Fahrverhalten, alles drum und dran ist wirklich schön. Wir haben verschiedene Fahrmodi, natürlich den Eco-Modus, der darf ja nicht fehlen bei so einem Fahrzeug. Und da muss ich sagen, beim Eco-Modus merkt man halt schon einen Unterschied, dass der ein bisschen Latenz hat beim Gas geben. Aber nicht so viel Latenz, dass es sich falsch anfühlt, wie es beim Mini zum Beispiel war. Bei Mini war es zum Beispiel ganz schön. Bei Mini war es katastrophal. Da hat man einen Eco-Modus angemacht und gedacht, okay, man fährt jetzt so einen alten 5 PS Mini. Bei Mini war es halt wirklich einfach nur hindern. Aber hier ist der Eco-Modus, ein schöner Eco-Modus. Man merkt ein bisschen Latenz. Man merkt aber auch, dass das Fahrzeug wahrscheinlich merkt, wenn man auf der Autobahn ist. Weil mir ist aufgefallen, wenn man da einen Überholvorgang starten möchte, hat er deutlich weniger Latenz. Vielleicht hat er eine Erkennung an der Hand der Geschwindigkeit, okay, ich fahre jetzt 120 und er möchte überholen. Dann machen wir die Latenz mal raus. Das kann sein. Was sagst du zum Fahrwerk? Wie findest du das Fahrverhalten? Ist das sportlich? Ist es straff? Wie ist es, wenn du zum Beispiel in eine Kurve reinfährst? Hast du da Seitenneigung? Oder wie findest du das? Das Fahrwerk ist super. Es ist trotzdem nicht zu hart, dass man sagt, oh nee, das geht gar nicht. Man kann damit gemütlich reisen. Kein Problem. Schlaglöcher auch hier im Ruhrgebiet nimmt. Es steckt es trotzdem locker weg. Auch die Sitze haben einen sehr guten Seitenhalt, ohne einzuengen. Also man merkt, dass die sportlich angehaucht sind. Allerdings sind die nicht zu sportlich, dass man sich jetzt wie in einem Rennwagen fühlt, weil das vermittelt das Fahrzeug wiederum auch nicht. Dementsprechend hat das Fahrzeug da wirklich einen super Spagat hingelegt. Zwischen Sportlichkeit, ein bisschen schneller durch die Kurve fährt, ohne Probleme. Ja, das waren so knapp 40 kmh. Kaum Seitenneigung. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. In einer wirklich 90 Grad Kurve einfach und der Kreuzung einfach Kurve. Genau und ich halte hier eine Kamera fest. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Also das Sport steckt hier auf jeden Fall im Fahrverhalten drin. Im Fahrverhalten zumindest. Zwar nicht im Motor leider, okay, aber da werden wir noch was zu sagen. Aber im Fahrverhalten steckt es definitiv drin. Wie findest du die Platzverhältnisse? Man merkt, dass es ein großes Auto ist. Definitiv. Auch wenn jemand hinten drin sitzt. Man hat den nicht direkt im Nacken sitzen, sondern sitzt halt hinten. Es gibt eigentlich beim Platzangebot kaum einen Kritikpunkt außer wirklich. Das blenden wir euch jetzt hier mal eben ein. Und zwar, wenn man mit dem Knie so sitzt, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn man etwas breitbeiniger sitzt, dann stört diese... Mittelkonsole. Also das Design der Mittelkonsole stört hier etwas. Da muss man halt gucken, wie man das... Oder dass man sich halt einfach anders hinsetzt. Definitiv. Die Start-Stop finde ich super gut, weil die nicht sofort den Motor ausschaltet. Die hat eine leichte Verzögerung. Wir stehen. Jetzt ist erst aus. Also so ungefähr eineinhalb Sekunden Verzögerung hat man, bis der Motor ausgeht. Das ist sehr gut, weil wenn man da wirklich nur mal kurz an einem Stopp-Schild steht oder wenn man wirklich nur mal irgendwie kurzen stehen bleibt, um mal in die Straßen reinzugucken, wo man Vorfahrt gewähren muss, geht nicht jedes Mal der Motor aus. Allerdings an der Hand dieser Verzögerung kann es aber auch dazu kommen, dass wenn man dann doch mal nur zwei Sekunden steht, der Motor geht aus und muss sofort wieder angehen und dann dauert es erst mal ein bisschen. Ja, und gerade auch bis der Gang dann eingelegt ist. Ja. Das dauert auch noch mal so einen kleinen Augenblick. Ja, das ist mir aufgefallen, wenn man zum Beispiel am Kreisverkehr steht, wo man wirklich nur so ein Auto mal durchlassen muss. Ja, genau. Das habe ich auch. Das ist genau meistens die Zeit, dass er wirklich nur... dass er ausgeht gerade und man direkt wieder anmachen muss. Ach, wo ich gerade den Schulterblick mache. Es gibt eine Sache, die ich noch ansprechen muss, definitiv, die einem dann beim Fahren auffällt. Und zwar, dadurch, dass wir so weit vorne sitzen und die B-Säule hinter uns haben, ist der Schulterblick sehr schlecht. Also, die Sicht über die Schulter ist einfach eine Katastrophe. Muss man einfach leider so sagen. Man übersieht halt gerne was, weil die B-Säule ist auch nicht gerade dünn. Da muss man immer so ein bisschen Körpereinsatz zeigen, dass man entweder durchs hintere Fenster schaut oder halt ein bisschen nach vorne geht. Unschön. Also, ja, wir haben ja asphärische Seitenspiegel, aber trotzdem, auf die kann man sich auch nicht immer verlassen. Nicht hundertprozentig. Aber man sieht sehr viel durch die Seitenspiegel. Das muss man sagen. Genau, das ist halt sehr gut gelöst. Aber trotzdem, es ist halt auch eine Sache, die halt behindern kann. Kommen wir jetzt mal zu der eigentlichen Frage bezüglich der Beschleunigung und dem Fahrverhalten auf der Autobahn. Genau, da müssen wir einmal Eco ausmachen, City ausmachen. Ich sage mal so, man darf jetzt natürlich nicht die Welt erwarten. Es sind 120 PS, die an der Vorderachse reißen. Aber wenn wir jetzt hingehen und einmal Kickdown machen, es ist okay. Also von 100 an, jetzt haben wir die 120 schon stehen, die 130, ja, und hier ist eh noch 130 erlaubt. Ja. Aber es ist in Ordnung so. Wenn man mal wirklich überholen muss oder so, reicht es. Also fürs Überholmanöver ist das Asphärin. Absolut. Reicht vollkommen aus, ne? Okay. Wie findest du die Bedienung von den einzelnen Sachen? Die Bedienung ist an sich sehr gut. Ich muss nur sagen, ich bin einfach kein Freund von absoluten Touchpad-Oberflächen. Das ist das Problem. Ich finde, die lenken beim Fahren ein bisschen ab. Ist aber leider mittlerweile gar und gäbe, egal ob man sich ein VW kauft, egal ob man sich ein Peugeot kauft, egal was man sich kauft. Man möchte einfach blind steuern, wie zum Beispiel das BMW ja macht mit dem iDrive-System. Wo du einfach nur so und du guckst ein bisschen in den Blickwinkel. Und hier musst du ja wirklich hingehen und gucken, ich drücke jetzt da drauf. Aber wie gesagt, das haben sie alle mittlerweile. Weil da sehe ich jetzt halt nicht als Negativpunkt für das Fahrzeug, sondern einfach nur für das ganze Segment immer. Wenn du jetzt fünf Punkte aussuchen müsstest, wo der Wagen dich am meisten anspricht, welche wären das? Ganz schnell. Ja, die fünf Punkte wären Optik, definitiv. Ich finde den Wagen wunderschön. Er ist wirklich sehr schön designt. Außen, aber auch innen finde ich ein schönes Design, muss ich sagen. Er ist jetzt nicht so krass auffällig, dass man sagt, okay, das ist jetzt voll was Neues, so ganz komisch. Es ist altbewährtes Design, was aber schön gemacht wurde. Es ist jetzt nicht so krass außergewöhnlich, dass man jetzt unbedingt sagt, boah, voll abgespaced, so ganz was anderes. Aber es ist trotzdem schick aus und nicht ganz langweilig. Das nächste wäre definitiv der Komfort. Man kann mit dem Fahrzeug einfach ewig lange fahren. Wie gesagt, ich bin mit dem Fahrzeug drei Stunden an einem Stück bis nach Hannover gebrettert. Gebrettert, genau. Über die A3 und über die A2 gar kein Problem. Abstandstempomat an und laufen lassen. Und dann nur noch warten, bis man ankommt. Deswegen sage ich ja, dem Fahrzeug würde ein Spurhalterassistent so gut stehen. Weil einfach das in Verbindung immer mit dem Abstandstempomat sind einfach super Sachen. Was ich noch gut finde ist, der vierte Punkt, ja. Auf eine Art die Übersichtlichkeit, die aber gleichzeitig ein Negativpunkt ist. Weil an sich hat man eine sehr gute Übersicht über die Haube, zur Seite hin. Alles gut, nach hinten hin auch. Ein Negativpunkt darin ist aber halt leider die dicke B-Säule. Die einem halt wirklich stark die Sicht versperrt beim Schulterblick. Und die C-Säule, ist die die negativ aufgefallen? Die ist auch sehr dick, aber finde ich gar nicht eigentlich. Weil ich sage mal, wenn du so weit nach hinten gucken musst, siehst du es eh schon über die Spiegel, die sehr groß sind. Und der fünfte Punkt wäre definitiv der Verbrauch. Der ist absolut gut. Ich kann mal schauen. Trip A. So, ich bin jetzt mit dem Fahrzeug 1472 Kilometer gefahren. Mit einem Verbrauch von sechs Liter, sagen wir jetzt. Ja, okay. Im Schnitt. Und halt davon sehr viel Autobahnen, sehr viel mit 130 oder aufwärts. Auch ein bisschen abwärts, je nachdem welche Begrenzung halt war. Und das ist absolut in Ordnung. Ist dir sonst irgendwas ganz negativ aufgefallen? Also wirklich ganz, ganz negativ? Ganz, ganz negativ. Ja, der Abstandstempomat auf eine Art. Denn der merkt nicht, wenn man lenkt. Ich hatte eine Situation auf der A2, etwas schärfere Kurve. Auch sogar Tempolimit, also schon deutlich schärfere Kurve. Da war, glaube ich, sogar nur 100 erlaubt. Und da war das Problem, ich war ganz links, drei Spuren, ganz links. Ganz rechts war ein LKW. Ich hatte nichts mit dem am Hut, der war ganz rechts. Trotzdem hat der Abstandstempomat, der auf zwei Balken eingestellt war von der Entfernung her, runtergebremst abrupt. Weil er nicht gemerkt hat, dass ich eine Lenkbewegung ausführe. Sondern, dass halt vor der Front meines Fahrzeuges ein LKW war. Das fand ich nicht so schön, weil der hinter mir, der hat wahrscheinlich geflucht. Weil der hat einfach am Abweg ganz nah ohne alles. Das war sehr gefährlich. Ja, gefährlich. Jetzt in dem Sinne noch nicht. Er war jetzt nicht so nah dran. Aber wenn der Hintermann jetzt nicht aufgepasst hätte und der wäre voll reingebrettet, dann wäre das scheiße. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Abmoderation rein. Da werden wir dann auch nochmal die ganzen positiven und negativen Aspekte des Fahrzeuges aufzählen. Genau. Im Detail. Ja. Und ansonsten ist es ein sehr schönes Fahrzeug und macht auch wirklich Spaß zu fahren, trotz der fehlenden Leistung, sage ich jetzt mal. Ist ein gemütlicher Alltagsbegleiter. Ja, wir sind zurück von der Spritztour. Wir sind zurück. Und wollen jetzt mal abschließend ein paar Worte zum Fiat Tipo Sport sagen. Denn das Fahrzeug hat uns eigentlich ziemlich überzeugt, muss man sagen. Ja. Niko, willst du was dazu sagen? Ja. Ja, die kleinen Macken, die das Fahrzeug so hat, verneinen dem Auto aber echt Charakter, muss man sagen. Also ich finde auch generell, dass er so ziemlich viel Charakter hat. Weil zum Beispiel auch beim Infotainment-System wirst du halt direkt angesprochen. Genau, du. So, du kümmerst dich gut um mich und so Geschichten sind das. Also der Wagen versucht direkt eine Beziehung mit dir aufzubauen und das ist halt irgendwie echt cool. Also der Wagen will so dein kleiner Wagen sein und nicht so nach dem Motto so, ich bringe sie jetzt von A nach B. Genau. Und ich steige ein, wir fahren. Ich habe mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben bezüglich der Negativpunkte und positiven Punkte, die ich habe. Den klappe ich jetzt mal ganz kurz ab, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Also zum einen haben wir einmal das Design, das ist meiner Meinung nach überragend. Das Auto ist echt wunderschön. Das, was man noch dazu sagen muss, bei Fiat Chrysler ist es momentan so, dass die sehr viel Wert auf Design legen und auf ein schönes Auto legen. Die Lackierung, zweiter Punkt, das ist eine Bicolor-Lackierung. Das heißt, wir haben hier einmal eine Speziallackierung, eine Sonderausstattung sozusagen. Einmal rot mit schwarzen Elementen, das heißt mit einem schwarzen Dach, schwarzen Elementen, die halt auch in schwarz Hochglanz lackiert sind. Das ist Passionsrot. Passionsrot, genau, mit Hochglanz-Schwarzelementen. Also mega, mega geil. Die Lackierung ist sehr hochwertig, sehr tief. Kann man echt nichts aussetzen, wirklich wunderbar. Also Lackierung 1A. Dann haben wir den Händlerpreis. Wir haben einmal den Listenpreis. Da kostet das gute Stück jetzt hier gerade, wie viel? 29.000? 27.000, 28.000, 29.000, so Ende 20.000. Genau, das finde ich dann schon ein bisschen happig für ein Fahrzeug mit nur 120 PS und einem 1,6 bzw. 1,4 Liter, je nachdem ob man einen Benziner oder einen Diesel hat. Aber beim Händler bekommt man das Fahrzeug zwischen 18.900 und 21.900 ungefähr. Kann auch variieren. Das sei gesagt, aber so das, was wir jetzt bundesweit gesehen haben, bewegt sich zwischen 18.900 und 21.900. Und das ist meiner Meinung nach für so ein riesiges Auto sehr, sehr gut. Und damit kommen wir... Du musst sagen, das Fahrzeug ist einen Ticken größer als ein Golf. Genau, genau. Und damit wollte ich jetzt nochmal zum Punkt kommen, zum vierten Punkt. Das ist Platzangebot. Das Fahrzeug ist wirklich unnormal lang, unnormal groß. Im Innenraum merkt man das nicht so ganz, weil es wurde viel Platz für den Kofferraum geschaffen. Das heißt, die ganze Fahrgastele wurde so ein bisschen nach vorne geschoben und dafür hat man einen richtig, richtig großen Kofferraum. Dieses Fahrzeug ist ungefähr zehn Zentimeter länger als ein Golf 7 mit fünf Türen. Und das ist schon wirklich ordentlich, muss man sagen. Und für den Preis... Wirkt aber trotzdem nicht so. Also man hat keine Parkplatzprobleme oder sonstiges. Genau, genau. Es wirkt trotzdem von der Bauweise kompakt. Die Bauweise ist kompakt, aber du kannst es trotzdem so in Richtung Submittelklasse einstufen schon. Von der Länge her, Radstand und auch der Fahrkomfort. Vor allem auf der Autobahn ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit dem Fahrzeug jetzt insgesamt zwölf Stunden auf der Autobahn unterwegs gewesen. Habe jetzt mit dem Fahrzeug 1500 Kilometer runtergerissen. Top Komfort. Also man hat sich wirklich... Also drei Stunden Autobahnfahrt hat sich angefühlt, als ob man so eine Stunde gefahren ist nicht mal. Das ist halt genau das, was ich meine. Und letzter positiver Punkt ist der Dieselmotor, der sehr souverän läuft. Also der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr kultiviert, sage ich jetzt mal. Und sehr sparsam vor allem. Das ist auch ein Positivpunkt, den ich habe. Ja, was sagst du dazu? Du könntest ja auch den auf langen Strecke gut testen. Also stadtmäßig ist der wirklich sehr, sehr sparsam. Stadtmäßig ist der sparsam auf der Autobahn auch, solange man 130 fährt. Ich bin das Fahrzeug auch einmal V-Max ausgefahren. 199 ist elektronisch abgeriegelt. Der schafft keinen Kmh mehr. Auch nicht mal bergrunter nix. Also 199 ist einfach elektronisch auch abgeriegelt, weil man hat noch ohne Ende Drehzahlwand. Da wird der Verbrauch schon massiv. Also da siehst du wirklich die Balken, wie sie weggehen. Okay. Aber gut, es ist halt 1,6 Liter. Kann man nicht erwarten. Gut. Aber erstens, er marschiert bis 199 ordentlich für so 120 PS Maschine nur. Wirklich ordentlich. Also die erreicht man zügig. Aber wenn du halt normal fährst, 120 Tempomat rein, 130, wirklich einfach reisen. Absolut top. Das ist in Ordnung, ne? Also da war ich jetzt bei einem Verbrauch von 6,0 Liter. Also finde ich jetzt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also klar, es gibt natürlich Hersteller, die geben an, 3 Liter, 4 Liter. Aber in der Realität. Also ich hatte Klima an, ich hatte Rage, ich hatte Abstandstempomat an, ich habe überholt. Also ich habe jetzt nicht gerade krass drauf geachtet, dass ich wirklich sparsam bin. Du bist einfach normal gefahren, wie immer. Stinkt normal gefahren, mit Eco-Modus drin. Und das ist halt gut, weil viele versprechen 3 Liter, 3,5 Liter, 4 Liter, 4,5 Liter und im Endeffekt hast du genau dasselbe, 6 Liter. Richtig, weil die Sache ist, die versprechen das halt mit Radio aus, Klima aus, alles aus, weil es dann im Windtunnel. Genau. Und am besten noch hinterm LKW her, so im Windschatten. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den negativen Punkten. Da habe ich einmal das Infotainment-System, was manchmal ein bisschen zu langsam ist und teilweise ein bisschen unübersichtlich bei manchen Menüpunkten. Das heißt, man hat viele Untermenüs. Genau, sehr, sehr viele Untermenüs und sehr, sehr viele Sachen auf einem Haufen so. Ich glaube, das ist jetzt ein 6 Zoll Gerät. Wäre es jetzt ein Zoll größer, wäre es vielleicht nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt noch, es ist noch vertretbar. Aber was man dazu sagen muss, man kann bei dem Navi, beziehungsweise dem Infotainment-System, alles individualisieren. Das ist den ganzen Menüband unten. Genau, das kannst du. Kann man komplett einstellen, wie man das möchte. Richtig. Man kann sich sozusagen alle Menüs, die man öfter benutzt, wenn man sagt, ja, ich benutze das Navi jetzt eigentlich gar nicht, kann man das rausziehen und kann da vielleicht seine Musikeinstellungen reinmachen. Man kann es halt wirklich komplett individualisieren und dadurch ist das wieder so, nicht ganz so ein schlimmer Negativpunkt, weil im Endeffekt irgendwann, wenn du das Auto ein bisschen benutzt hast oder ein bisschen benutzt im Alltag, kannst du das einfach einstellen, wie du es eh brauchst. Richtig, richtig. Das ist halt auch so eine der Stärken, zusammen mit der App zum Beispiel. Uconnect Live. Uconnect Live, das ist eine App, die man sich auf das Handy laden kann und dann werden halt viele, viele Dinge auch in einer Cloud gespeichert oder sogar auf einem USB-Stick und das ist halt sehr, sehr interessant. Ja, zum Beispiel die Eco-Fahrdaten und so weiter. Genau. Das speichert der dann in der Cloud und die kann man sich dann abrufen. Ganz genau. Und in dieser App kann man sich auch noch weitere Fahrzeuge in der FCA-Gruppe abspeichern. Das heißt, ein Alfa Romeo oder ein Abarth, ein Jeep, was auch immer. Und das ist halt sehr, sehr gut. Man kann auch die Autos dann halt in diese App wechseln und dann halt die Daten von dem jeweiligen Fahrzeug draufladen. Ist sehr, sehr cool, um zu gucken, wie ist der Verbrauch, wie viele Kilometer bin ich gefahren, wann sind die nächsten Serviceintervalle und so weiter und so fort. Das ist halt sehr, sehr cool. Generell hat es dann viele, viele Funktionen werden durch diese App dann freigeschaltet, weil die halt über das Internet vom Handy laufen. Genau. Das Fahrzeug selbst hat kein Internet, sondern dafür halt über Bluetooth über das Handy. Genau. Und dann hat man halt so TuneIn, man hat Nachrichten, Deezer, ganz wichtig für manche Leute. Genau, Reuters als Nachrichtendienst und sogar Twitter. Man kann sogar Twitter darauf installieren, was auch sehr interessant ist eigentlich. Allerdings haben wir das jetzt nicht ausprobiert, aber während der Fahrt twittern. Das ist halt so eine Sache. Ja. Wir sind eh nicht so die Twitter-User. Genau. Dann die Bedienung am Lenkrad ist sehr mau. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Knöpfe, also Multifunktionslenkrad haben wir da, aber die Knöpfe beziehungsweise generell die Auslegung und das Schema ist jetzt nicht so wirklich perfekt ausgearbeitet, muss man sagen. Das könnte besser gehen. Ja, was ich zum Beispiel sehr komisch fand, war, dass es einen Unterschied gibt bei dem Fahrzeug zwischen dem Tempomat und dem Abstandstempomat. Und dass man den Abstandstempomat erst aktivieren musste. Das war zum Beispiel so bei dir. Du hast den in der ersten Woche, wo du den hattest, gar nicht gefunden. Ich habe den gar nicht gefunden, weil ich mir dachte, okay, der eine Knopf wird das wohl sein. Ja, weil das ist das normale Tempomat-Symbol. Und ich gehe ja immer sofort, wenn ich ein Auto habe, spiele ich erstmal an allen Knöpfen rum, wie so ein kleines Kind, erstmal alles drücken. Nein, da habe ich aber gesehen, ACC ist deaktiviert. Dann drückt man da auf okay, war das glaube ich. Ich glaube, das war auf okay. Steht auf einmal, ist eingeschaltet. So, okay. Gut, läuft. Dann habe ich gesehen, das war ein Symbol. Das ist halt wie ACC aussah, weil das halt so ein Abstandstempomat-Symbol war. Ja, und dann hatte ich Abstandstempomat. Aber der normale Knopf in der Mitte war trotzdem weiterhin der normale Tempomat. Das ist ein bisschen schwachsinnig eigentlich. Ja, man hätte eigentlich immer Abstandstempomat machen können und sagen können, man kann es halt im Menü außen anschalten, wenn man es wirklich gar nicht haben will. Einfach über das Kombi-Instrument, weil jetzt kommen wir nämlich zurück. Wäre halt wieder ein Knopf weniger. Wäre ein Knopf weniger plus man hätte es einfach ins Kombi-Instrument, also in den Wortcomputer vom Kombi-Instrument einfach reintun können. Also diesen Menüpunkt, dass man den an- und ausschalten kann. Ja, weil man hat ein richtiges Steuerkreuz nur für den Wortcomputer. Mit dem kann man nichts anderes bedienen. Und mit dem hat man halt nur Infos. Genau, und da gibt es nur Infos auf diesem Steuerkreuz. Das heißt, dass die Tasten für die Lautstärkeregelung zum Beispiel hinten sind. Also die fühlen sich an wie so Schaltpaddles, so Mini-Schaltpaddles. Die sind einfach nur für lauter, leiser, stumm schalten und auf der linken Seite für Senderwechsel. Sender-Lead-Wechseln, je nachdem, wo man ist. Genau, und Mode-Wechseln. Also von Radio auf Media, auf Bluetooth, auf Anruf und so. Ja, hätte man alles ein bisschen anders lösen können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Richtig. An sich ist es ja trotzdem in Ordnung. Genau. Das ist jetzt nicht ganz schlimm. Jetzt kommen wir mal zum letzten negativen Punkt. Und das ist die Tatsache, dass wir kein Spitzenmodell haben. Das heißt, wir haben leider, leider ein Auto ohne wirklich sportliche Motorisierung. Wir haben ein wunderschönes Auto. Es ist echt wunderschön. Es ist super designt. Die Linienführung ist Hammer. Also auch die Optik. Er wirkt auch sehr sportlich. Er wirkt sehr sportlich, sehr aggressiv. Aber Sport steht hier halt leider nur für Optik und Ausstattung. Genau. Aber an sich haben wir leider kein Spitzenmodell. Wenn jetzt hier Fiat hingehen würde und Abad damit beauftragen würde, hier aus dem 1,4er oder 1,6er ein bisschen mehr Leistung zu holen, ich glaube 200 bis 230 PS oder so, das würde schon vollkommen reichen. Dann hätte man so einen GTI Competitor, also einen Herausforderer. Ja, ungefähr. Für einen sehr, sehr guten Kurs, sage ich mal. Und man darf auch nicht vergessen. Und nochmal was anderes. Genau. Und nochmal was anderes. Genau. Ein Auto mit Charakter aus Italien, mit emotionaler Linienführung und emotionalem Design. Ja. Und ich denke mal, man hätte auch da ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, was das angeht. Leider, leider haben wir keinen Fiat-Typo Sport. Aber bitte, Fiat, wenn ihr das seht, bitte, bringt den irgendwie raus. Seien es auch nur 3000 Stück oder keine Ahnung, 1000 Stück, bringt den bitte raus. Weil dieses Fahrzeug verdient ist. Ehrlich, die Basis ist wunderbar, ist wirklich sehr, sehr gut. Und das Fahrzeug könnte das echt gut vertragen, mal ein bisschen mehr Leistung unter der Haube zu haben, damit der nicht nur so aussieht, als ob er wirklich alles auffressen kann, sondern dass er auch wirklich mal hin und wieder den einen oder anderen wirklich auffressen kann. Genau. Und übrigens, so einen Diesel-Avort würde ich auch gerne nehmen. Bevor wir zum Ende kommen, will ich dir noch eine Frage stellen, Migo. Ja. Würdest du das Auto als BMW-Fahrer, du als BMW-Fahrer, würdest du diesen Wagen kaufen? Das wäre jetzt die Frage. Würdest du den als BMW E36, E46, E46 Freak kaufen? Ich bin ganz ehrlich, natürlich muss man da immer sagen, Leute, die einen alten BMW fahren, fahren den ja auch meistens wegen dem Heckantrieb. Er fehlt natürlich schon hier, ist ja klar. Aber sagen wir mal so, als Alltagsfahrzeug. Als Alltagsfahrzeug oder generell wollte ich sagen, es ist ein schöner Kompromiss zum neuen Einser, weil der hat ja auch Frontantrieb, das heißt, das fällt auch weg. Klar, natürlich hat man da viel mehr Bums bei der Haube, allerdings auch viel größeres Loch im Kontostand. Ja, auf jeden Fall. Und selbst bei einer vergleichbaren Leistung, wenn man den kleinsten Diesel jetzt nimmt, wie jetzt zum Beispiel hier und da ein M-Paket dranhaut, damit man einfach auch nur die sportliche Optik hat, ist man, finde ich, hier in dem kleinen oder in dem Niedrigpreis-Sektor deutlich besser bedient. Er hat alles, was man braucht. Es gibt nur eine Ausstattung, eine Ausstattung, die ich auf langen Reisen wirklich vermisst habe. Welche? Spurhalteassistent. Spurhalteassistent. Aber ich sage mal, so ist jetzt kein Punkt, wo man sagt, der muss unbedingt rein, aber den habe ich auf langen Reisen dann schon vermisst. Aber sonst könnte ich dieses Auto für einen guten Preis, wenn man den wirklich zu einem Kurs von um die 20, Anfang 20 bekommt, kann ich das Fahrzeug eigentlich schon empfehlen. Es ist wirklich, was das angeht, super. Allein die App, die hat so viele Funktionen. Ja. Gerade wenn man so einen Technik-Nerd oder mit technischen Spielereien immer viel Spaß hat, wird man da voll auf seine Kosten kommen. Ja, finde ich auch. Und ich persönlich fahre jetzt ein Kia Rio als Alltagsfahrzeug und bin Fahrzeug geworden und dementsprechend brauche ich jetzt mal langsam auch ein bisschen größeres Fahrzeug. Eine Kombi will ich nicht unbedingt fahren. Ich möchte auch nicht einen neueren BMW kaufen, weil dafür ist mir das Geld zu schade, weil ich fahre sehr, sehr viel und das Ding ist halt einfach, dann holst du den BMW und fährst den einfach komplett wertlos. Ja. Weißt du? Wenn man sich dann auf dem Markt umschaut und guckt, was man für sein Geld bekommt und ich rede jetzt nur vom Händlerpreis, dann ist dieses Fahrzeug auf jeden Fall empfehlenswert und ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob ich den in ungefähr anderthalb Jahren mit mir anschaffe oder nicht. So viel kann ich sagen. Ja. Ich glaube, das war es dann auch schon mit dem Video. Kommen wir also zum Ende. Ja, der ersten Folge von Super Tourismo. Super Tourismo, ganz genau. Jetzt mal eine Frage an euch, bevor wir komplett Schluss machen. Wie findet ihr das Fahrzeug? Findet ihr das Design ganz gut? Ja, würdet ihr sagen, okay. So als Alltagsfahrzeug, als Alternative zum Einser, der ja sowieso einen Frontantrieb hat. Richtig. Und wäre das auch was für euch? Wäre auf jeden Fall mal cool, wenn wir das unten in den Kommentaren mal lesen könnten von euch und eure Meinung zu dem Fahrzeug hätten. Dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Genau. Und auch vielleicht im Livestream bei Twitch. Genau, im nächsten Livestream bei Twitch können wir auch nochmal dann auf die Kommentare eingehen. Ganz genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und seid dann im nächsten Livestream einfach dabei auf Twitch diesmal. Wir werden nicht mehr auf YouTube streamen, wir haben es auf Twitch verlagert. BavmoTV ist unser Name dort und möglicherweise kommen wir da vielleicht sogar auch mal öfter auch nicht einmal die Woche. Ja. Müssen wir mal schauen, wie es zeitlich so passt. Wir haben ja auch dann die Möglichkeit, auch Material dann auszupacken und dann halt so zeigen. Genau. Videomaterial oder Fotos oder sonstiges. Genau. Dementsprechend seid auf jeden Fall dann dabei. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr bei der ersten Folge Super Tourismo dabei wart und würde sagen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.